Hallo, hier ist Martin von Meine Mankees, das ist die DAX-Analyse für nun Montag, den 12. Juni 2023 und unser DAX hat zum Freitag im Grunde genommen gar nichts gemacht, dann danach rumgepuppelt, seitwärts rumgelungert, ist in der Spanne des Vortags geblieben, hat also nicht meine 16.20 nach oben umgelegt, damit eben kein Kaufsignal generiert, ist aber auch unten nicht runtergegangen, unter die 900 damit keine Verkaufssignale generiert. Damit alles unverändert, wir haben noch nach wie vor hier bei 8.75 ein ungeschlossenes Gap, das wäre nach wie vor attraktiv für einen kurzen Abstaub und dann nach oben Ausbruch, muss aber nicht, ist kein Muss, wir haben auch oben noch ein offenes Gap im Bereich um 16.40, vielleicht kriegt ihr ja mal Bock alles zu schließen und dann rauszurennen. Ja, meine, also ich würde es nach wie vor so handhaben, wie ich euch jetzt immer wieder vorgestellt habe, dass ich mich oberhalb von 16.20 hier Long orientiere, das heißt bleibt der Markt dann dort und bestätigt den, das Kursniveau von oben per Pullback oder wie auch immer, mit einer Flagge, mit einem Dreieck, alles zählt, Hauptsache er macht was, wird er sich weiter das Anschlusspotenzial wieder an die 16.20, 16.20, 30.20, erinnert euch, im Tagesschart haben wir dort das obere Tagesband liegen, weiterhin attraktiv, aber auch höhere Ziele dann möglich, wenn er eben oben raus geht oder wenn er hier unten sich eben nicht gehalten kriegt, keine Flagge löst, am Gap Close einfach durchfällt, nicht nach oben wegpiekt, wie er das hier die letzten Male gemacht hat, dann geht es hier runter Richtung 15.700 und dann wahrscheinlich auch tiefer, 4.80, 5.15, das sind dann erreichbare Ziele, wenn er uns hier wegkippt, momentan steht er hier noch auf der Stelle, scheint auch ein bisschen, kann, das kann durchaus mit dem Verfall zusammenhängen, wir haben einen großen Verfall jetzt im Juni, großen Hexensabbat diese Woche, diesen Freitag, rechnen sowohl die DAX Optionen als auch die Future Kontakte ab und ist einfach, das ist der einzigste Tag im Monat, wo auf einem bestimmten, oder der einzigste Tag im Quartal, wo eine Unmenge an Terminprodukten, an einem bestimmten Termin, ein bestimmtes Kursniveau braucht, um eben, ich sag mal, ein Plus oder Minus abzurechnen, das haben wir sonst über die Tage letztendlich so nicht, verwechselt das nicht immer mit euren Optionsscheinen, von denen auch hier und da mal einer morgen und übermorgen ausläuft, naja, sondern es geht hier wirklich um die Position, wo das große Geld reingegeben wird, Optionsscheine sind ja eher für, das sind ja reine Retail-Produkte, halt nur für den Privatanleger, wo die ihr Geld unreguliert an Banken verlieren dürfen, ohne dass irgendjemand einschreitet oder mal guckt, was da überhaupt passiert, ich bin da kein großer Freund von, aber soll hier gar nicht Thema sein, ich möchte bloß klar machen, dass es hier wirklich um Optionen geht und nicht um Optionsscheine, ja, Optionen und Future Kontrakte, die rechnen am Freitag ab, mir hat ja jemand eine Mail geschickt, ich glaube, der Ike war das gewesen, die hatte ich noch gar nicht beantwortet, das wollte ich mal in einem Video mit verpacken, dann hat es aber nirgendwo reingepackt, hier passt es heute mal mit rein, weil wir jetzt, sag ich mal, inhaltlich schon durch sind, ich wollte euch das mal kurz zeigen, es gibt hier und da Webseiten, die bereiten das grafisch auf, schicken dann auch immer mal eine Mail rum, seid bei sowas immer ein bisschen vorsichtig, wenn ihr die Quelle nicht selber anguckt und euch gerade, wenn es um Börse und Finanzen geht, macht euch immer selber nochmal ein Bild, ja, das heißt, wenn euch irgendwo jemand eine Grafik schickt, von wegen hier ist eine fette Position an Stelle X oder Y, guckt auch wirklich selber, ob die da ist oder ob derjenige nicht vielleicht ein Interesse damit hegt, indem er dort die Leute in die falsche Richtung treibt oder vielleicht einfach nur einem Irrtum unterliegt, das passiert auch mir manchmal, dass ich mal einen Feiertag vergesse oder wie auch immer, das heißt, prüft das nach, im konkreten Fall war hier, glaube ich, irgendwo eine Riesenposition zwischen 16.000 und 16.400 gekennzeichnet, um das zu überprüfen, könnt ihr selber schauen, könnt auf die, also einfach Google oder euren Suchanbieter des Vertrauens, DAX, Eurex, DAX Option, das ist dann hier der Link, könnt ihr draufklicken, dann landet ihr auf der Eurex Seite und habt quasi, ähm, kriege ich das hier irgendwie ein bisschen, kleiner, wartet mal, so sieht man es jetzt besser wahrscheinlich, ja, ähm, kriegt ihr hier die Übersicht von, äh, Call Position und Put Position, rechte Seite ist quasi, Put bedeutet, das sind Optionsscheine, die, äh, an Fallenkosten verdienen, links haben wir die Call Optionsscheine, das sind, oder, Entschuldigung, Optionsscheine, das sage ich schon selber jetzt, die Optionen, die an steigenden Kursen verdienen, ja, das heißt, ähm, bei denen auf der linken Seite muss der Kurs darüber liegen, damit die gewinnen und auf der rechten Seite dann müsste der Kurs da runter liegen, hier gibt es so eine Spalte Open Interest, das habe ich euch schon mal ein bisschen zurecht, äh, in den Fokus gerückt hier, das sind quasi die offenen Positionen, die im Markt liegen und da kann man jetzt hingehen und kann sagen, okay, man unterstellt jetzt einfach mal, jetzt muss ich hier ein paar mal klicken, dass wir hier runter an die 16.000 kommen, wir gucken einfach mal im aktuellen Umfeld, wie es denn dort aussieht, ähm, ähm, ich hoffe zumindest, dass er mitmacht hier, ja, arbeitet schon fleißig, nicht ganz so schnell, jetzt haben sie hier ein bisschen überarbeitet, jetzt musst du mal klicken, ist ein bisschen nervig, aber gut, ähm, wir gucken jetzt einfach mal unten an die 16.000 mit ran, was liegt dort an offenen Positionen, was hat das für einen Einfluss für uns, ähm, wie fern ist das relevant und können daraus ableiten, wo gegebenenfalls der Markt abrechnen könnte. Bei den Optionen und den Abrechnungsniveaus ist es aber immer so eine Sache, seid doch bitte sehr, sehr, sehr vorsichtig, wir haben schon sehr, 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 sehr oft, ähm, Verfallstag erlebt, wo der Markt sich zwar, also wo es so aussah wie als orientiert ist, die Strahlen sich dann aber völlig entkoppelt hat und gut 600 Punkte, 700 Punkte in die Richtung abgerechnet hat, wo eigentlich alle sich mit Anblick des, äh, Verfalls, der Verfallstagsoption, ähm, klar waren, dass es dort nicht abrechnen wird, ne, das heißt, das ist keine Garantie, das kann man, ich guck's mir eigentlich nie an, ne, ich will bloß die Frage beantworten, die hier per Mail reinkam, vom Ike, weil sich das jetzt hier eben gerade anbietet, das müsst ihr bloß mal hier noch runter zur 16.000, jetzt sind wir schon bei 20.000, jetzt sind wir vorbeigeflogen, war zu, zu hartnäckig drauf rumgeklopft, so, und wenn ich das sonst pausier, ich kurz, warte, ich pausier kurz, dann, so, schaut mal, jetzt hab ich euch das mal hier rausgesucht, wir haben jetzt hier quasi den Bereich von 16.000 und wir sehen jetzt hier bei Open Interest, das heißt, das sind die großen Positionen, die mit Abstand größten Posten auf der Käuferseite im Bereich von 16.000, das heißt, für die Stillhalter, die Herausgeber der Optionen, ist es günstig, den Markt unter der 16.000 zu halten, denn wir sind hier auf der linken Seite, das heißt, das sind Optionen, die über 16.000 Gewinn abwerfen und unter 16.000 wertlos verfallen, das heißt, wenn ich Stillhalter den Markt bei 15.999 abbrechen lassen, am Freitag, verfällt das hier alles wertlos, aber eben auf der Put-Seite dann alles, was hier drüber kommt, im Gewinn, und da sehen wir, das ist aber nicht viel, was hier steht, ja, und von daher könnte das durchaus attraktiv sein, für die Stillhalter hier den Markt unter der 16.000 zu belassen, ich mahne allerdings zur Vorsicht dieser Herangehensweise und ich mache es auch ganz bewusst heute, weil eben ich davon ausgehe, dass viele in der Wochenanalyse jetzt auf sowas eingehen und die Leute trichtern, von wegen der Markt kann am Freitag nicht über 16.000 stehen, wegen diesen Optionen, das ist Käse, das hat der Markt schon ganz, 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 ganz oft gezeigt, dass er das sehr, sehr, sehr gut ignorieren kann und auch die Stillhalter haben genügend Möglichkeiten, sich diesen Verlust, den sie hier quasi durch die Ausgabe der Option erleiden, zu decken, ja, das heißt, das wird dann einfach ausgehätscht am Markt oder ist es per se so und so ausgehätscht am Markt und damit entsteht der Verlust nicht, deswegen ein bisschen Vorsicht mit dieser Denkweise, wenn das andere vorstellen, der Markt kann sehr, sehr, sehr wohl drüber, ich wollte es bloß einfach mal zeigen und vor allen Dingen wollte ich zeigen, wie man die Quelle gegenprüfen kann, denn was sieht man hier, hier ist bis 16.400 nichts brachial Großes, so wie derjenige mir oder der Aik mir das in der Grafik gezeigt hatte, mit einem Posten von, ich glaube, 150.000 Kontrakten oder 180.000, das kann in dem Fall einfach ein Datenfehler sein oder der Herausgeber, der das verteilt hat, hat halt einfach ein bisschen was in seinem eigenen Interesse schieben wollen, auch das ist gang und gäbe in der Branche, ja, also hier nochmal zum Überblick, wir haben den größten Position auf K-Seite, für die Steigenposition auf der 16.000, würde man rein nach Definition und nach Lehrbuch so werten, dass man sagen müsste, Freitag ist ein Verfall unter 16.000 wahrscheinlich, wegen den Optionen, ich sage aber, lasst euch mit im Kopf hängen, aber achtet nicht zwangsweise drauf, der kann auch locker bei 16.400 abbrechen, das haben wir alles schon gesehen, ja, da einfach ein bisschen auf den Markt gucken, ein bisschen gucken, läuft er über der 16.30 raus, läuft er uns wieder in die Richtung, in die wir ihn haben wollten und da würde ich schon sagen, Chart-Technik vor, Optionsverfalls, Diagramms, Auswertung und wenn er hier über 16.20 geht, dann orientiere ich mich rein in den Gap-Kloss, rein in die 16.40, darüber geht es dann weiter, 16.1.20, 16.200 und 16.2.40, das obere Tagesband, das ist mir persönlich hier eben nach wie vor wichtig auf der Oberseite, ja. Ja, unten ansonsten auch, bricht er uns unten raus, hier der hier auch unter der neuen 100 raus, auch unter der 8, haben wir hier bei 8.75 das offene Gap-Kloss runter, eigentlich schon relativ freien Raum, bis rein in 7.50 und den anderen Gap-Kloss bei 7.100. Ja, gut, ich hoffe, ihr könnt was mit anfangen, drückt euch die Daumen, dass ihr was rauskriegt am Montag, viel Erfolg und dann hören wir uns, morgen wieder, bis dahin, tschüss. Ja, gut, ich hoffe, ihr macht das.